Also, ich glaube auf alle Fälle, dass sie so gezeichnet sind, dass sie in die Richtung gucken sollen. Dann haben wir die Maria, die nach Süden blickt. Oder was auch immer das für ein Zeichen ist. Vielleicht ist der Engel da auch einfach falsch. Matthew. Und der Adler blickt nach Westen. Der Adler blickt nach Westen, dann ist der falsch. Adler blickt dahin. So. Der hier blickt nach, der Löwe blickt wohin? Auch nach Westen. Macht er sowieso. So. Dann haben wir jetzt noch die Kuh, die nach Osten blickt. Und der Engel. Bei dem man keine Ahnung hat, was er machen soll. Schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir ihn hier hinstellen. Nichts. Gar nichts. Aber, wo blickt er denn hin? Der Löwe blickt nach... Steht die Kuh auch im Süden? Nee, tut sie nicht. Oh Gott, jetzt hat... Kuh... 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 Süden. Kuh... Süden. Dann war die aber richtig. Löwe... Mask... Westen. Der ist doch auch schon richtig. Der Adler guckt nach Osten. Dann ist der falsch. Jetzt haben wir's. Bingo. Wird auch Zeit hier. Habe ich doch noch kapiert, was ich machen muss. Ab in die Katakomben. Noch eine Bibliothek. Und jetzt? Was gibt's hier? Außer den Hebel. Moment, das kenn ich doch. Und schon geht die Tür auf. Sieht ganz gut aus. Hey, lass mal sehen. Ja. Okay. Ihr zwei bleibt hier. Ich werd mich mal umsehen. Oh, nein. Du gehst da nicht alleine runter. Ja, hier wimmelt's nur so von Romans Leuten. Ja, und einer allein ist viel leiser als drei. Ich komm schon klar. Und ihr seid hier sicher. Diesen Raum kennen sie nicht mal. Okay. Nimm das mit. Lass es auf Kanal 13. Den benutzen sie nicht. Und sprich mit uns. Okay, geht klar. Mach das Ding wieder zu. Ja. Nate? Pass auf. Na klar. Mach ich immer. Wo kam der denn her? Ah. Okay. Land der Toten. Ich komme. Kapitel 14. In den Untergrund. Hier gibt's nichts. Gibt da keiner hoch? Möchte aber nicht. Das ist ein Schatz. Hinter einem Wasserfall. Ich wusste, es kommt noch. Ah, wie kommen wir da hin? Rüber, dann da runter. Okay. Dann mal eine Runde hangeln hier. Hopp. Schön machst du das, Drake. Mach mich nicht unglücklich. Sehr schön. Und da ist er, unser Schatz. Unser Goldschädel. Und hier darf ich schon wieder schießen. Ruhig. Der mag mich wohl nicht. Das war's. Wir machen lieber mal das hier. Na, hätte ich gewusst, dass wir wieder Munition kriegen, hätte ich gleich die genommen. Aber, oh, eine Desert. Das kann nützlich sein. Auch nett. Was haben wir hier? Die haben wir fallen lassen, denke ich mal. Okay, ich denke mal, wir ziehen jetzt an dem Hebel. Dann geht da oben das Tor auf. Dann machen wir das mal. Schnell, Drake, schnell. Bleib nicht an der Säule hängen. Das haben sie nicht gehört, ne? Das haben sie nicht kommen sehen. Ah, fuck. Ah, fuck. Jetzt. Oh, Gott. Ein One-Hit. Das darf doch nicht fassen. Dass ich den jetzt nicht getroffen habe, wundert mich. So, 20 Eliminierungen mit der Desert. Du kommst auch noch weg. Da ist noch einer. Ah. Oh, Mann. Du bist noch schnell. Oh. Das tat bestimmt nicht. So, noch einer weniger. Noch einer weniger. Wo ist der letzte? Oh, da sind noch mehrere. Yay. Oh, Munition. Oh, Mann. Okay. Oh, Gott. Ich schaff's nicht jetzt. Ich dachte schon, ich treffe ihn gar nicht mehr. Oh. Gib mir Munition. Hier leuchtet noch was. Den Schatz hätten wir beinahe übersehen. Eine silberne Schnupftabakdose. So, da sind wir rausgekommen. Hier liegt noch Munition. Ah, das sind Granaten. Die wir immer nur aus Versehen werfen. Ich wüsste nicht, wann ich schon mal jemanden mit einer Granate getötet habe. Holen wir uns mal die Sass wieder. Die haben wir noch überhaupt nicht geschossen. Die heben wir immer bloß auf und dann ist sie halt da. Moment, da war doch was. Ah. Das ist wohl das Erste, was man denkt, wenn man zwei Glocken sieht. Ach ja, da muss ich draufschießen, damit sie gleichzeitig läuten. Oh. Desert. Meine geliebte Desert. Sie ist wieder bei uns. Auch wenn ich die West lieber mag. Ja. Gibt's nichts mehr? Nö. Gehen wir gleich mal durch den neuen Pfad, der sich uns eröffnet hat und fallen nicht runter. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Ja, ja, Sully ist ein ganz schöner Vogel. Aha, was haben wir hier? Da ist er! Wo hat mich der schon wieder gesehen? Keine Gefangenen! Oh, ich hatte ja die Desert. Habe ich ganz vergessen. Oh Mann, die Typen sind überall. Ein Schatz. Spanischer Silberkelch. Nummer 35. Fortgeschrittener Schatzsucher. Was haben wir hier? Ne, da haben noch die ganze Sass. Die ganze Sass-Munition. Ich sehe ihn. Da drüben! Au! Sorry. Sorry. Hier gibt's nichts. Hier haben wir bloß noch eine Kugel. Da drüben! Ah, ich glaube, ich mag die Sass. Sonst scheint es hier aber auch gar nichts mehr zu geben, ne? Na gut, wir haben ja jetzt eh gerade einen Schatz aufgehoben. Hinterherschmeißen können sie dir die auch nicht schlecht. So. Gar nichts mehr hier. Die wollen mir schon wieder die MP aufdrücken. Äh, die M4. Ich will da drüber. Und hoch mit uns. So. Hier gibt's nichts. Ich sehe nichts mehr. Das ist vollkommen inakzeptabel. Was erwarten Sie von mir, Roman? Meine Leute sterben wie die Flieger. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Boah, es ist nicht nur Drake! Verdammt! Ich sage Ihnen, die Sehnsäße ist verflucht! Genug. Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie, hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Raja. Taikamu! Matea, Yalo! Siyalan! Warum haben Sie nochmal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher, wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut. Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn! Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slam zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wehrt sein dürfte. Ich sage ihm doch, Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Gibt es hier was? Nö, nö. Hier gibt es auch nichts. Sind wir... Da sind wir hergekommen. Und rüber mit uns. Da kommen bestimmt Leute raus. Nicht? Wie überrascht. Einen Schatz gibt es hier auch nicht für uns. Dann gehen wir mal weiter. Buttons mehr schicken. So, Kapitel 15. Dem Schatz auf der Spur. Oh, ein Schatz. Goldene Inka-Figur. Hat lang gedauert, den Schatz zu finden. Ungefähr drei Sekunden. Was gibt es hier? Nichts. Wir kommen ja nicht durch. Und hier haben wir... Und hier haben wir... Oh. Wieso kommt er da schon mal nicht hin? Okay. Guck mal, was wir hier haben. Ach, Lianen. Wie ich sie nicht leiden kann. Rüber da. Ah, das... Hat schon mal nicht geklappt. Neuer Versuch. So, Drake. Diesmal schaffen wir es. Rüber. Ah, diesmal hat er es geschafft. Einmal einen Seitenwechsel. Und noch diese letzte Liane. Tja, wenn es vorher nicht aufgeht, dann brauchen wir keine 100.000 Explosivwässer. Wir klettern einfach drüber. Und jetzt fallen wir. Ja, wir fallen da runter. Und werden gleich mal abgeschossen. Alter. Dass der nicht tot war. Na, toll. Wie der schießt. Ja, ich kriege ihn nicht. Und noch ein bisschen davonlaufen. Ui, jetzt wäre der fast runtergefallen, der arme Kerl. Nate, hörst du mich? Ja. Sally, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Ich glaube schon, ja. Jeder hat noch.